Meine Frisse, wir haben keine Waffe mehr. Ja, keine Waffe. Erstmal auf die Karte schauen. Erstmal machen wir den Funkturm. Erstmal gucken, wo sind wir überhaupt hier. Ach, nettes Plätzchen hier. Unser Messer haben wir noch. Aber wir machen erstmal den Funkturm hier. Ein bisschen Überblick hier haben und so. Oh, jetzt ist ein Gegner. Kamera habe ich auch nicht. Wär doch leise mal. Der macht sich gleich ins Hex. Hunde. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Das war eine Leuchtpistole. Oh fuck. 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 Und das ... Oh fuck. Ich le... C4 Wo ist der? Shit Fuck, alter Fuck dich, alter Perfekt Wie viel Munition habe ich da? Zwei, okay Okay Erstmal hole ich hier mein Okay Und plündern den mal durch Ein paar Batteries Okay Ich glaube, der ist jetzt hier drin und ist mein Zeug Ist ein bisschen Geld drin, ne? Ist es meins? Ist es meins? Niemand kann Zeug Einer nach dem anderen, Dennis Erst war's, dann heut Was du mir da sagst ist unmöglich Das könnte nicht mal ich Wie war das Sprichwort, Dennis? Für alles gibt es ein erstes Mal Große Worte Aber der Doktor meinte, das Boot ist fast fertig Du wirst bald aufbrechen Tja Okay, trifft Citra In Ordnung Zwei Fähigkeitspunkte Bekommen Und ich will endlich diesen Und ich will endlich diesen Ich will das endlich Wie geht denn der Total Wahnsinn Aber eh auch mal empfinden Okay Wenn ich den einmal Haben wir grad gesehen Brandtämmer Hm Hm Was geiles Flink, Flina Kannst du bis zu einem Bösen im Schuh finden 15% schneller, schneller nachladen Naja Ja Nicht unbedingt Ja Brauch ich eigentlich nicht Wenn wir hier so Ah Sondern Okay Ja das ist vielleicht nicht Für den Stippel zu halten Naja Da ist vielleicht das nicht schlecht Ja So Genau Vielleicht könnte man hier noch Äh Oh Egal Okay Triff Citra Narazir Na Das geht gar nicht Was ist denn nur mit euch los? Na Ich wollte grad noch hier So Nehmen wir mal den Brandpfeil Kommt Ich bin kein Entsehbar Ich bin kein Ich bin kein A Mach das nicht Findet nur mit Tö Wenn ein Kommt Das ist Das ist Ihr seid so Boah, ihr seid so schlicht, ey. So, gehen wir hier hoch. Anscheinend ist das Bolt bald fertig. Das ist doch auch nett. Können wir bald hier auch verschwimmen. Da gibt's noch so einen kleinen Story-Twist, sag ich jetzt mal. Irgendwie... Jason hat keine Lust mehr zu... Perfekt. Ähm, keine Lust mehr oder so. Jemandes Schlüssel. Ja, wollte ich immer schon haben. Jemandes Schlüssel. Oh, fuck, fuck. Oh, fuck, fuck. Schlecht gemacht. Ja, nicht so schlimm. Oh, ich... Ich dachte schon, ich dachte schon. Ich dachte schon. Bis ich was gedacht habe. Nichts Gutes. Ja, äh... Achso. Oh, oh. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Nicht nach unten gucken. Nicht und... Oh. Da dachte ich auch schon, ich fall runter. Wohin muss ich? Wohin muss ich? Oh, scheiße. Schon wieder bin ich hier. Okay, ich versuch's jetzt. Perfekt. Perfekt. Scheiße! Ich find's ja schlecht. Oh, fuck, ey. Oh, man. Oh, shit, ey. Das geht gar nicht. Ja, ist ein bisschen schwierig zu klettern, weißt du. Ja, du kannst doch einfach hier hochgehen. Wie wär's damit? Perfekt. Perfekt. Dann gehst du hier hoch und... ...hier hoch. Genau. Richtig, Junge. Genau, erstmal durchblendern und... ...wiss mal nicht jemandem an den Schlüssel. Kann man jetzt auch einfach klettern. Okay, ich geh einfach hier hoch. Boah, Junge. Willst du mir Angst machen? Boah. Boah. Und... ...im hochziehen. Okay, so, Jo. Mal, jeden Tag. So. Okay. So. Wohin muss ich? Jetzt. Ich bin völlig falsch gelaufen. Perfekt! Da bin ich die ganze Zeit gescheitert. Warum auch immer. So, ähm. Ich durchsuchen. Kann ich nicht. Ich hätte auch einfach nach oben klettern können, ja. Ich kann auch einfach nach oben klettern. Wie wär's damit? Ich hab's noch nie ausprobiert, aber naja, was geht. Irgendwie muss jeder mal was Neues machen, ne. So. Das alles, ne, und ihr kennt ja das Prozedere. Genau. Cooler Musik. Ja. Eine Rundfahrt um den Aufsichtspunkt herum. Ja. Außer gerade das Level, das wir hatten, das mit Wars und so. Das war ein Level, äh, aus der E3, glaube ich, ne. Oder? Ja, 11 von 18 Türmen. Das ist auch mal nett. Und die Magnum haben wir jetzt gratis. Können wir jetzt, haben wir uns gratis jetzt bekommen. Äh, eine Granate hab ich jetzt nur. Okay. Ähm. Die Richtung muss ich eigentlich. Genau, jetzt haben wir alles hier aufgedeckt. Ich muss hier an. Also, dann hab ich ja eigentlich auch nichts zu tun. Ja, hierhin kommen wir überall noch. Ich glaub, da noch ein eigenes, kleines Gebiet noch, wo wir hinkommen. Und ich mach auch nicht alle Aussicht, äh, Aussichtspunkte und auch nicht alle, ähm. Aber ich glaub, ich werd mal hierhin, äh, äh, fahren. Auf jeden Fall so in die Richtung. Genau. Wir benutzen nämlich die Seilrutsche. Was? Gottverdammt, ein Krieger. Ich glaub, ich werd mal grad das, äh, eins hier markieren. Quaffelt ein. Muss doch ein Boot liegen, oder? Ich glaub, die Nutner hat mir einen Treffer verpasst. Dreh dich um, dreh dich um. Ich will cooles, äh. Merk, der, sieht er mich nicht. Komm, ich will einen coolen Taktorn mit bei euch machen. Dreh dich einfach um. Ah, Juhu. Oh, ein Schuss. Nee, er hat die falsche Tasse gedrückt, deswegen. Hä? Hey, boy, was ist los mit dir, man? Okay, ähm, wo ist hier der Typ? Da. Also, der eine hat mich ja voll entdeckt und der andere plötzlich gar nicht mehr. Was war mit dem los, oder? Keine Ahnung. Ich glaub, ich werd jetzt einfach mal drüber, drüber schwimmen. Ne, Krabbe. Ja, also. Okay. Gucken, ob ich das Boot da hinten kriege. Ich glaub, da hinten kommt ein Hai. Das ist nicht so geil. Ey, der kann mich nicht sehen, oder? Ach, egal. Naja. Ich hab ja, kann ja ein bisschen länger tauchen. Ne? Wie soll ich wieder auftauchen? Dann essen Boot. Und tauchen. Und tauchen. Gleich. Boah, jetzt bin ich hier schon. 'veger'll. ätzlich baut zu Büchle. das ist okay, Ich salte dich!